Waren wir auch schon so? Ja hier sind wir angekommen Dann gehen wir jetzt hier links Haltet mich hier links an der Wand weiter Nase Ich hab irgendwas übersehen Waren wir lang gegangen? Ja ne Die Kamera Spacko Ja lass doch mal hier kurz rein Ey ich seh gar nix gerade Hilfe? Ich geh mir noch nix durchs Luft Hier oben ist eine Lüftung geschafft Wie kommen wir denn hoch? Nice Alter Alter Wie du aus totaler Dunkelheit hoch kommst Ich seh einfach nischt 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 Junge das ist der größte Lüftungsstand in dem ich jemals war What the fuck ist das? Warte kurz! Oh my fuck du bist mir grad an Junge die Lanterne hat doch bald geflackert Ich glaub du hält immer lang Oh mein Gott das ist kacken Shit Alter Fuck warte Okay Hörst du das eigentlich nicht rumspielen? Okay Ich hör deine Leertaste vergewaltigen Okay Äh okay Aua alter In die Richtung kann ich grad sogar ziemlich weit sehen wenn ich die so halte Geh mal in die Richtung da sehe ich nicht Äh die ist auch hell weil hier ein Flutstrahler ist Ja aber gerade eben habe ich nicht so weit gesehen Da ist der Flutstrahler Achso Aber den sehe ich nur in Kombination mit der Lampe dann Junge bist du bist du Retardo Retardo? Oh hi Mark Hi Doggy Der war Schmittler alter Wow 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 Chill der ne Periore alter Wf the fuck war das ich hab nur rot am schwarz gesehen und Ich habe auch nur rotes licht gesehen irgendwo.. Irgendwo irgendwie Rot schwarz und ne Erdbeben und lautem Sound effect der alter Tür auf FRACTT FRACTT Stage 4 Jop Upgrade Nein Minus 4 ist das Minus 4 dieses stöhnen war voll aus amnesie ehrlich ich glaube schon ja kam mir sehr sehr bekannt vor langsam ist einfach nichts hinter mir das glass war ich nicht das war ich glaube ich ich hatte so was keine normale dunkelheit das ist fortgeschrittene dunkelheit abzweigung shit alter so dunkel kann es nicht sein das ist wirklich möglich wo bist du bin ich hier wie lange ist die map gott sei dank alter die lampe ist gerade kaputt gegangen und ja unsere taschlampen jetzt wieder wow zufällig ich hatte gerade echt so für einen moment so ganz großen kakehaufen in meiner hose als sie dann rausgekommen lauf 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 ja die musik ist aus amnesia die musik ist Das ist jetzt... Oh. Okay. Guck mal, er kann doch rennen. Mhm. Ich konnte aber grad irgendwie nicht springen. Das hat mich mega abgefuckt. Ja, du sollst auch die Laufung nicht springen. Ich häng fest. Bin langsam. Hä, was denn hier los? Ja, hab der. Oh shit, er steht auf. Er steht auf! Hast du ihn abgeschossen? Ja klar hab ich ihn abgeschossen. Junge, vielleicht wollt ihr uns was sagen. Junge. Da ballert ihn einfach ab. Wenn hier so'n Typ sitzt. Wo ist der grad um denn? Jetzt kommt nochmal ein Jumpscare. Wo sind wir? Oh, da drin gehts jetzt wieder los. Was? Da drin müssen wir jetzt wieder laufen. Wir sind jetzt wieder respawned. Also, shift halten und laufen. Nicht jumpen. Oder? Irgendwie gehts wieder. Gehts ab mir? I don't know. Achso. Ey, die Tür ist aufgegangen. Ja, da ist grad ein Zombie durchgeballert. Oh. Okay. Okay. Fucking seriously? Okay. Der kann doch gleich wieder durchgesprungen. Ich sag's dir. Hast du die Musik auch? Noch nicht. Weißt du die Musik, wo man laufen sollte? Nein, dieses... Es ist dieses... Achso, ja, das höre ich. Die Dinger checke ich irgendwie nicht. Wollen das Gegner sein? Bei mir stehen die so Typen. Ich glaub, die Tür da hinten, wo wir jetzt gerade waren, die nicht aufgeht, ich glaub, das ist das, wo wir eigentlich angefangen haben zu laufen. Und dadurch, dass wir jetzt gestorben sind, müssen wir das jetzt nicht mehr machen. Und hier wären wir lang gelaufen normalerweise scheinbar. Würde ich behaupten. Oh. Oh. Was ist der? Ich glaub, das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Und hier geht's weiter. Scheinbar. What the fuck? Junge, was ist mit der Welt passiert? Achso, wir sind im Untergrund. Was ist der? Wir gehen noch tiefer? Ja. Ja, das ist ein retarded, ganz einfach. Ich glaube, das ist das weltunsicherste Fahrstuhl. Irgendwas passiert, wenn ich hier das fallen lasse. So cool. Oh, er hat immer einen Boden. Wir sind mit Stage Minus 666. Unsichtbar, der Wand, Alter. Wir sind jetzt bei Stage Minus 666. Wie bei dem anderen Horror-Map, wo bei mir wegen einem Gewitter mein scheiß Haus stillgelegt wurde. Oh, Final Stage. Kennst du die Style-Stack? 1, 2, 3, Final. Was? Mein Schatz. Junge, jetzt kommt der Final, was jetzt kommt? Pause. Jetzt muss ich das in die Texte schreiben. Du hast es auch mal gesagt. Oh ja. Wow, Stack. Das ist echt gut. Probar. Ja. Ja, kann man super aufheben. Ich glaube, du hast eh schon ein Gefühl, was jetzt kommt, oder? Bei mir der Boss. Richtig. Einer der drei Maps, die ich nur geglaubt hatte, in Bossfight. Warte. Was kommt dir so bekannt vor? Oh shit! Ja. Ja, und was? Was soll ich in den anderen Hilfe geh- Okay, dann geht's echt more auf. Die liegt auf dem Mund hier. Oh Gott. Gegner. ich glaube ich mit der crowbar lenk den schmack ab ich hab die gegner oh shit da kommt eine ganze zombie armee ich mach den haufen headshots bei dem ding was ist das der fluch der karibik verfolgen der fluch der karibik was oder tom spricht zu mir ich weiß es nicht du erinnerst dich oder? ja na klar ich muss irgendwann mal so storytime auf youtube machen genau alter vorigerweise könntest du damit so ganz mega viel vielleicht wärst du oder was ich bräuchte einen typ der animieren kann wow so wie so eine tolle animation ja genau so eine der einfach explodiert ja oh achte du hast voll die blutseckerbrücken gerade ich hab auch gerade gegen den fucking dämon gekämpft ne ich hab gerade nur den schulterblatt geballert achso ok ja das geht auch noch schlimmer eigentlich fucking beutel dir den schulterblatt ballert und wenn wir jetzt hier einen treppensimulator machen ach 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 wie das scb game ja welches du kennst doch scb oder? das ist komische ja oh mein gott und jetzt kommt ein jumpscare ich sehe nichts wo wir laufen noch jetzt nicht mehr wir sind ineinander wenn wir bitte machen ok und die Treppe geht weiter wir sind auf jeden Fall im Moment sind wir bloß äh äh umgefallen und wann verwirrt wir uns nicht weiter ja mein Auto ey das dürfte sogar noch voll die nehmen wir mit ab in den Kofferraum hinten liegt ein Typchen hinten liegt ein Typchen nicht den Mann der Leiter sind wir dann oder auch doch ne oh doch ich fahre fuck you da will ich nicht keinen Führerschein haben hehehehehehehe aber ich hab meinen Führerschein gar nicht mit jetzt hat man noch nen Crash am Ende ja bitte ja ah ich fahre fahre ich oder? bist du auch in mir? ich bin in dir wahrscheinlich ja ich sitze auf dem Fahrersitz ehrlich? ja siehst du vor dir die Dinger nicht? äh doch die sehe ich vor mir die ja dann bist du ja das haben wir vorgebracht ja genau das haben wir vorgebracht und jetzt kommt irgendwas vorne und dann unterstreckt uns guck mal ich sag's dir einfach Gas geben und überfahren guck mal dafür dass er grad angeblich 110 fährt das ist ziemlich langsam da ist noch was jetzt kommt ein Stompspär natürlich ist da noch was das waren keine 110 km das waren 5 km ja es wurde gerade in Sidetube abgeschmillt in Ultraside wir sind in der Matrix ich glaube das Game ist jetzt vorhin ne? ja das war's jetzt ja das war's jetzt oh oh ok gen warte ja ich kann auch nichts machen ok warte 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 oh ok äh hehehe das ist so n hehehehehe aber es fehlt auch nichts ne das ist bereit das war's ja alles voll easy man ja die war geil die Map ja die war echt cool stage 2 yo das ist ein guter Einstieg das ist ein Standbild ja ich will auch schnell raus bevor da nicht noch so ein Bild gewechselt wird so ein Bild gewechselt wird und dann auch immer so eine Scheiße ist Alter ja ok das war ein super Game ich weiß nicht ein schöner Einstieg nach so ner langen Pause ok ok tschüss warte 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 wir müssen noch irgendwann was Heilix dazu holen und die 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 eine Map die wir damals anfingen richtig spielen ja müssen wir machen da wo mein mein Gewittermonster abgestürzt ist boah ey das war lustig oh die war so heftig die Map ey ja das war gruselig ja die müssen wir irgendwann mal weiterspielen aber gut dann ja tschüss ja tschüss danke fürs zuschauen ja tschüss und bitte komm nächstes mal wieder vorbei mit ner richtig genervten Stimme ja dann halt nicht tschüss ne bis zum nächsten Mal bye bye we lieben euch tschüss tschüss